Letzter Kandidat für Karl Jaspers-Preis. 2023 Boxentüren auf für diese Europa-Gruppe 2-Prüfung. Jetzt die große Frage, wer übernimmt zunächst einmal die Spitze? Mansur fast zu erwarten. Mit Adri führt also vor Dato in zweiter Position. Tönnies drittes Pferd, vierter ist Best of Lips, fünfter die einzige Lady, Wagner ist sechster Assistent und heute mal mit anderer Taktik, alter Adler am Ende des Feldes. So geht es an Ihnen vorbei, liebes Kölner Publikum. Vorne zeigt Mansur den Weg. Führt vor Dato, vor Tönnies, dann Best of Lips, vor Wagner, Assistent und alter Adler. Wir werden mal schauen, wann sich an dieser Reihenfolge irgendetwas ändern wird. Mit Beginn des Scheibenstraßenbogens knappe 1800 Meter jetzt noch zu absolvieren. Und das Tempo ist gut, was Mansur vorgibt in den Händen von Adri de Vries. Außen der Vorjahressieger Dato mit Enki Gambat. Innen dann der heiße Favorit Tönnies mit René Pichulek. Vierter ist Best of Lips, Martin Seidel. Fünfter die Lady, Wagner ist anderer Starke. Sechster ist Assistent, Luca Delosier. Und siebter und letzter alter Adler mit Michael Abick. Nach wie vor Mansur führt vor Dato, vor Tönnies. Es gibt überhaupt keine Positionsveränderungen. Wagner ist Best of Lips, Assistent und dann alter Adler. Knappe 800 Meter bis zum Zielpfosten sind das noch. So langsam geht es in die entscheidende Phase hinein. Wer deckt als erster die Karten auf? Mansur führt, Adri lässt ihn noch einmal atmen. Mit Beginn der Zielgeraden vor Tönnies an der Innenseite. Dato lässt sich anfassen. Dann außen Best of Lips. Wagnis wird geritten, Assistent und von alter Adler ist aktuell überhaupt nichts zu sehen. Tönnies im Handgalopp an der Seite von Mansur. Außen Best of Lips. Dann Wagnis, Assistent, Dato und von alter Adler ist keine Rede mehr. Vorne ist es Tönnies, Tönnies. Aber die Gegner stehen alle parat. Tönnies mit Wagnis. Außen Best of Lips. Und ganz außen rollt Assistent hier heran. Und sogar schon vorbei. Assistent an der Außenseite vor Tönnies, vor Wagnis und Best of Lips. Assistent mit ganz viel Vertrauen. Vom letzten Platz zum Sieg im Karl Jasperspreis für Egi Sauren und Liberty Racing 2020. Assistent ein beeindruckender Sieger gegen Tönnies, gegen Best of Lips, gegen Wagnis. Alter Adler Mansur und dann Dato.